Damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich hier zurück zu Super Mario Maker 2 One Level Per Day Snow Fun von Lancaster. Enjoy it, it's not really hard, just have fun to play it. 4,32% ist die Abschlussrate, die ergibt sich aus 9 erfolgreichen von 208 Versuchen. 2 Herzenarzt bekommen, 20 Leute haben es gespielt, es soll kurz knackig klassisch sein, das Ganze im Super Mario 3D World Style. Und ja, ich würde sagen, gesagt ist gesagt und jetzt erstmal viel Spaß bei diesem Video. Lass doch die unsichtbaren Blöcke sein, alter. Jedenfalls leben. Lass die unsichtbaren Blöcke doch alle. Ob der irgendwas macht, oder? Ach ja, stimmt, Suizid. Suicide Throw. Ähm, okay, jetzt wird's, äh, weird. Die unsichtbaren Blöcke. Ja, moin. Also der Schlüssel bringt mir eigentlich rein theoretisch gar nichts. Ja, wozu hier? Ja. Ja. Warum sollte ich durch die Tür gehen? Ja, ist ja auch wieder eine Feuerblume versteckt. Nehme ich jetzt erstmal mit. Nehme ich jetzt erstmal mit. So, da sind wir dann auch schon mal wieder im Detail angekommen. Und ähm... Hast du ein Glück, dass ich den nicht gesehen habe? Ich hätte dir instant einen Buh gegeben, wäre ich dadurch gestorben. So was kann in manchen Situationen echt instant dafür sorgen. Ähm... Macht ja gar keinen Sinn, wenn man da hoch springen kann. Nur alleine mit einem Bandsprung. So. Ähm... Hier verstehe ich nicht, was dein Hintergrundgedanke ist, weil man ja von hier rüber springen kann. Auch hier wieder unsichtbarer Block. Warum? Unsichtbarer Block ist am besten in dem Augenblick, wirklich damit das mal vielleicht verständlich ist und das jetzt nicht nur für dich, sondern für alle. Ein unsichtbarer Block macht nur dann Sinn, und das ist jetzt wichtig, wenn zum Beispiel ein Leben drin ist und dann auch nicht beispielsweise an so welchen Stellen. Ja? Sondern beispielsweise dann hier, oder wenn man hier versucht, eine Brücke zu bauen, oder irgendwie sowas, ja? Wo es, ich sag jetzt mal, Sinn ergibt. Das hier ist ein No-Go. Ja? Du versteckst hier ein Item, um dir einen Vorteil zu verschaffen, das Level zu schaffen. Was andere dann nicht haben. Das musst du dir immer überlegen. Du verschaffst dir einen Vorteil, weil du schaffst das Level nicht, ohne das Item. Also, die anderen müssen es aber ohne das Item schaffen. Hm. Das. So, ähm, ja. Hier genau das Gleiche, du kannst einfach rüberspringen. Und hier kannst du halt auch einfach rüberspringen. Also, das hier mit dem extrem großen Kuba-Panzer, sehe ich gerade, äh, funktioniert halt in der Form auch nicht wirklich ganz so. Also, ne? Das hättest du ein bisschen vielleicht anders regeln können. Ähm. Kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn du ein Schlangenblock hier untersetzt, ja? Wo der Spieler nicht drauf kann. Also, du musst dafür sorgen, wirklich, dass der Spieler nicht da rein kann. Ja? Dann haut er den... Also, ich sag jetzt mal so. Ein One-Way, der hier nach rechts geht. Dass man den Kuba-Shell rein schießen kann. Ja? Und ein Snake-Block hier unten rein. Ich weiß, das war jetzt komplett kompliziert erklärt, aber, ähm, wenn der Kuba-Panzer auf dem Schlangenblock ist, dann spawnt er nicht. Das heißt, du hättest hier viel größer die Fläche machen können und hättest dann beispielsweise hier sechs, sieben, acht, neun Felder machen können und dann neun Felder rot. So, dass man halt nicht drüber springen kann. Wobei, ich weiß jetzt nicht neun. Ich glaube, neun ist sogar das Maximalste, was man springen kann auf der gleichen Höhe. Wo war's, wo war's, wo war's? Hier war's. Eins, zwei, drei. Sechs, neun, zehn. Ja, vielleicht sogar elf. Mal, hier haben wir doch ein gutes Beispiel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Also, du müsstest mindestens 13 weit machen. Und das Tolle ist halt, wie gesagt, mit dem Schlangenblock, der Kuba-Panzer, die spawnt nicht. Er macht die ganze Zeit hin und her und hin und her. Dann wäre das Level ein bisschen länger geworden. Es wäre ein bisschen, ich sag jetzt mal, trickier geworden. Aber so, wie gesagt, also diese Tür dahin macht gar keinen Sinn. Das hier macht keinen Sinn, weil man kann da einfach locker rüberspringen. Hier, das so zu timen, ist, wie gesagt, auch nicht gerade optimal. Hier kann man auch drüberspringen. Und hier hast du ja gesehen, also, du hast gesehen, man konnte sehr viel abkürzen. Ja, und das, ohne dass ich jetzt versucht habe, den Weltrekord zu holen. Also, insofern, ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich. Ich hoffe, weiterhin ein Level von dir zu bekommen. Vielleicht nimmst du dir auch die einen oder anderen Ratschläge nicht zu Herzen, aber sozusagen machst du dir Gedanken darüber und dann werden die Level auch besser. Ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tor, haut rein. Tschö, tschö.